Hallo und willkommen zu einer wunderschönen Runde Badwars. Lange nicht mehr auf meinem Kanal gewesen und ich würde sagen bewertete Part und viel Spaß. Und los geht's auf der Map. Wie hieß die nochmal? Lighthouse, ne? Leuchtturm. Okay, los geht's. Gucken wir uns erstmal ein bisschen Kram hier vorne. So, für den Anfang schon mal gut. Kommt schon einer rüber? Ne, noch nicht. Da hab ich mal so Angst vor, dass die direkt rüber bauen, ey. So rusher einfach. Dann hast du Fast-Bilder. So, wir haben hier die Ecken dazu. Ah, der kommt sogar schon rüber. Cool. Immer schön im Auge behalten. Könnte eigentlich noch nicht genug Blöcke haben, oder? Oder kann er schon genug Blöcke haben? Ich weiß es nicht. Moin, moin. So. Oh Mann. Immer dieser Stress. Das hast du davon. So, okay. Einer weg. Oh mein Gott. Ein bisschen einkaufen, man. Schwert und eine coole Eisenrüstung. Korrekt. Schwert packen wir da rüber. Und das andere Schwert packen wir da rein. Haben wir schon mal eins. Nice. Okay, wir rasen rüber. Jetzt haben wir zumindest zwei Quellen. Und da hinten ist jetzt noch die Dier-Quelle. Das ist eigentlich auch ganz cool. Muss mal einmal ganz kurz gucken. So, zehn Gold. Zwei fehlen noch. Ach, Mano. Ich will doch nur Dias haben. Und ich bin mal so Badwars-Runden, wenn ich alleine spiele. Immer mega nervös. Ich habe auch schon mit Manuel jetzt aufgenommen. Die Part, oder der Part kommt jetzt auch die Tage raus. Also, da ein bisschen Geduld. Lasst aber auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr sehen wollt. So, wir holen hier mal ein bisschen Schärfe. Da eine geile Eisenrüstung. Und an sich. Aber viel zu wenig gerade. Dann ich gehe noch einmal rüber und gehe da einkaufen. Das sind die Werkzeuge. Boah, wir könnten da uns auch an der Dier-Quelle bedienen erstmal, ne? Würde auch theoretisch gehen. Warte, haben wir? Haben wir. Oh, ich bin das blaue Bad, okay. Ich habe immer so Angst, weil ich denke, mein Bad ist gleich weg. Oh, in der Mitte ist schon einer, der die ganzen Emeralds snackt. Ich glaube, das war aber weiß. Und das Bett ist, glaube ich, gerade weg. Ah, weiß ist dem, der eliminiert. Nice. Okay, cool. Wir holen jetzt... Was brauchen wir denn noch? Eine Schere, ne? Okay, jetzt haben wir alle Werkzeuge, die wir brauchen. Bogen könnte man theoretisch auch holen. Brauchen wir jetzt allerdings noch nicht. Dias. Nice. Drei Stück. Oh, Leute. Echt jetzt? Ist der nicht da? Irgendwie ist der nicht zu Hause, glaube ich. Aber ist egal. Hier liegen zumindest ein paar coole Sachen rum. Ah ja, warte mal. Wir können direkt upgraden. Und zwar unsere sogenannte... Ah, doch. Stufe 1. Schutz. Ist gelb noch da? Gelb ist auch schon weg. Grün ist da. Komm, wir gehen einmal in die Mitte. So, Feuerball am Start. 16 Gold. Warum glaube ich mit 16 Gold hier rum? Oh, boah, fast runtergerutscht. Ha. Nice. 2. Ich glaube, grün war schon mal hier. Korrekt. Hä? Ich war nur... Achso, hier sind die doch. Okay. War verwirrt. Ich dachte, ich bin falsch. Aber ich bin richtig. So, jetzt nur noch lecker Schmecker zurück. Wo ist denn grün eigentlich? Das grün ist nicht mehr da. Blau, rosa und grau sind noch da. Rosa und grau. Ach stimmt, ich bin von hier gekommen. Okay, nice. Warte, bevor wir da jetzt rüber gehen und dann jämmerlich drauf gehen, machen wir folgendes. Diamantenrüstung am Start. So, was kann ich denn nicht mal upgraden? Schutz. Nice. Packen wir da rein. Wir holen jetzt einen Bogen, ey. Oder ein bisschen TNT. Goldapfel noch. Bogen. Und Pfeile. Läuft bei uns. Ja, läuft. Okay, reicht. Pfeile. Aber wo sind die denn jetzt? Warte, wo ist grau? Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wo die sind. Ah, da hinten ist grau. Nice. Grau ist einfach mal am chillen da hinten. Ich glaube, grau sieht uns nicht. Kann das sein? Ja, moin. Jetzt kommt er und will sich rächen. Nein. Ah, so knapp. Können wir eben unsere Sachen holen? Holen uns ein cooles Schwert. Ein paar Blöcke. Und Feuerbälle. So, okay, Hammer. Korrekt. So, wo ist denn Rosa jetzt eigentlich hin? Rosa hat auch kein Bett. Und eure Taktiken ganz gerne in die Kommentare, damit ich mal ein bisschen checkt, was ich hier mache. Wird schon ganz cool, glaube ich. Oh, da kommt da. Das ist rosa, oder? Ja, genau, das rosa. Wir laufen einfach rum nach rosa. Aber rosa hat auch kein Bett mehr. Los geht's. Ja, nice. Okay, cool. So, für die erste Runde alleine seit Langem war das eigentlich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Lass doch eine Bewertung da und bis zum nächsten Part. Tschüss. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020